so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal im start ja freunde freunde des guten geschmacks lego starmus 1 das video spiel video nummer 18 und zwar wollte ich jetzt eigentlich gucken wegen diese fragezeichen aber es geht nicht auf ja dann machen wir uns an die minik jetzt würde ich sagen wir gehen dann gleich hier rein und gleich mal vorweg wenn es wieder gefällt daumen nach oben da lassen wenn nämlich wenn ihr mich mit kostenlosen ab unterstützen wollte einfach dann aber noch betätigen schon seit der power army dann noch die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen und wenn es bei euch klingelt wie sie ganz genau sachen bau ist im start sachen bau hat ein video hochgeladen sachen power ist lost in einem game wenn ihr im live stream dabei sind wollt dann auf www.twitch.tv oder den link in der beschreibung nutzen und wenn jemand eine kleine spende da lassen will ein kleines dringend dann auf www.payball.me slash xd gdx power oder auch da den link in der beschreibung nutzen und jetzt fällt mir gerade noch ein bevor ich da reingehe ich brauche einen lord der sith weil das haben wir ja keinen gekriegt deswegen müssen uns den kaufen charaktere oder gibt es auch noch zwei darf sie ist der der klone kron 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 kreis kreis bache von doku 45 45.000 das klingt gut für konto die getwisto kia die mundi luminara boba fett wir brauchen ja einen kopf gelde jäger noch stimmt da war doch was super kampf droide kampf droide jonas jana klon darf mal 15 k dann haben wir lieber darf mal von 15 kamen oder sagen kampf droide kampf droide pk droide konkrete ok droiden brauchen wir nicht wir nehmen darf mal mit und dann brauchen wir auf jeden fall noch einen kopf gelde jäger und jango fett genau und so kann man dann auch arbeiten so gut dann gehen wir hier rein zu der 11 freies spielt man dann wir nehmen einen darf mal mit so das brauchen wir dann nicht mehr die schrift jetzt kann ich die schrift nicht überspringen ja jetzt gut so wir müssen trotzdem alles einsammeln mal wieder ihr wisst bescheid so wechselt man ok das wollte ich wissen wir müssen einsammeln denn wir brauchen die münzen wir wollen die millionen erreichen für unbesiegbarkeit weil man das ja in manchen level dann braucht deswegen sammeln wir jetzt ein wie die verrückten so die stühle male geschüttelt hier gibt es nichts wir haben sie geschüttelt nicht gerührt hier gibt es noch so ein stein schön so wird wird ja wir brauchen dass die stars freunde wir brauchen die jetzt auf jeden fall jeder stadt ist wichtig und ich denke wir machen das trotzdem hier auch stündlich bis 22 uhr immer von 8 bis 22 uhr stündlich video von lego star wars 1 bis wir es durch haben er hat mich doch noch berührt die tracks auch so aber wir haben uns aufgeräumt ja so herr mit herr mit herr mit dem ganzen zeug kann ich alles gut gebrauchen so schön und so schön das ganze stadt ja jetzt gucken die ganzen stadt was wir gerade eben ausgegeben haben für zwei charaktere die müssen wir auf jeden fall wiederholen statt den dks hat man nur schon allein fürs zusammenbauen müssen wir kommen so gut schön so ging das genau so wir laufen trotzdem mal hinten rum falls da was leckt da leckt nix einfach geil das spiel einfach geil so dankeschön und dankeschön wollte gerade sagen ok 3 bo ja das da musste man noch ein bisschen mehr ziehen als im der dks musste man genau vor dem zeug stehen vielen dank so also den ersten charakter haben wir die münzen wieder zurück na so gut hier ins eck so weil der dann samt ist ich sterben junge so gut gut ja da kann man auch noch nichts raus leider da wegsa 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 dass der immer nach vorne rennen muss der tab rennt das so weit und vor der idiot ich versteh es nicht oh dankeschön oh dankeschön und dankeschön so da wollen wir ja rein da war ja was genau genau so dann sagen wir mal das ein was hier rum liegt ist alles wichtig jede einzelne stadt ist wichtig um unsere stadt zurückzubekommen die wir ausgegeben haben so jetzt brauchen wir genau den um hier hochzukommen gut sehr schön gut ja so da war das minigit nummer sieben sondern jetzt weiter hier geht es weiter da haben wir schon alle gemacht wird ok mehr gab es da nicht dann holen wir uns die stadt gut mal gelieb alles meins alles meins ja geht aus weg du zwerg nase du depp du wundert du wirst eine du wirst darf weiter weil du so dumm besser kleiner fischkopf so also aus dem level holen wir noch gut was raus auf jeden fall ja guck mal die hälfte haben wir ja schon von dem was wir ausgegeben haben vorhin über die hälfte ok ok da kommt nichts raus doch man braucht nur das geduld guck mal sitzen da wie falsch geld guck mal gut So Ah Ob das gesehen ich hab's gesehen und das sagt ja wohl schon Gut Okay Ja ich muss ja hier reinkommen Ah Ha 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 Oh schluch So Was haben wir hier drin Äh Cool wie sieht es das Spiegel Wie sie das da gemacht haben So Aber jetzt Haben wir das gemacht und jetzt Ah Äh gut Wie kommt mich da jetzt hin So Ich komm da nicht hin Dann war da noch irgendwas was ich machen muss Ich schätze mal hier Ansonsten haben wir hier alles Könnte das hier sein Okay Das erklärt so einiges Okay Ich hab nichts gesagt So eins fehlt uns noch Das wollen wir uns auch noch das letzte So Gehen wir da mit Darth Maul weiter Sehr schön So Ja Diese Rätsel Dieses Rätsel lösen Dankeschön Dankeschön Immer diese Rätsel aber auch einsammeln Muss auch sein Gehört Mal die Tür auf Ja Also okay hier war ja nix Aber hier Münzen 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 Stats 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 Alles Wichtig meine Freundin Das ist mal ausgegeben haben Muss gesammelt werden Wieder Nice Ich liebe es wenn blaue Münzen Blaues Stats rauskommt Das liebe ich Das mag ich Das gefällt mir Denn die blauen sind sehr sehr wichtig Und wertvoll Und hier gab es glaube ich noch gar keine Lillanne Okay Darum ist nix Dann ist da nichts So Dann sind wir jetzt hier Genau So Und dann gehen wir hier rein So Dann müsste hier glaube ich das letzte Minigrid sein Na ich sehe es ja schon So Weil wir dann das genau Auf die Tür Die Turm arbeiten Mh Mini Gibt es denn meine Freunde Wir haben es Wir haben es So Theoretisch Könnten wir jetzt einfach nur Durchrennen Aber Mixer Piss dich Das machen wir nicht Einfach nur durchrennen Sondern wir sammeln hier noch alles ein Wir machen trotzdem noch alles fertig in dem Level So Ich sammeln hier noch ein Genau 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 So Ich weiß nicht mal da unten noch was Ich glaube hier unten war jetzt nichts mehr Auch hier vorne waren nichts Genau Hier war nichts mehr Und man ist hier die Fuzzis da bekämpfen Die kommen zu früh Die kommen zu früh Genau Genau So So Einfach Termine Münzen Gut Sehr schön Sonst war da hier hinten nichts mehr oder? Gucken wir mal schnell Oben war sowieso nichts mehr Genau Verpiss dich Kurz mal weggekloppteste wie ich So Oben war ja Nichts mehr Nein Da war nur das Minikit Das sind keine Münzen mehr oben Gut Mehr gibt's nicht Tut mir leid Dann kriegt man ja alle müssen gar nicht zurück in der Level Aber den einen haben wir natürlich zurück Die 15k verdarf Moldi haben wir auf jeden Fall zurück Wunderbar Wir sterben So Was ist jetzt los Lass mich laufen Du Dab Ich muss einsammeln So Die hier auch noch mitnehmen Und dann haben wir alles gesammelt So 57.690 Gut Dann haben wir dann auf 100% Das erste Level Dann passt das Gut Und Damit haben wir jetzt unseren Das mal auch zurück Schön Dann haben wir das geschafft Erstes Level auf 100% Meine Damen und Herren So Ab in die Texas Skandina Ja Dann sind wir da schon wieder Fertig Gut Ich habe meine Freunde Bei diesem Ansatz Machen wir weiter Gut Na Gebt mir das mal So Das ist dann das nächste Fälle uns noch 4 Mini Kids Meine Damen und Herren Und das zimmer Im nächsten Video durch Also wenn euch das Video gefallen hat Auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen Und wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen wollen Wenn wir mit einem kostenlosen Abo Dann einfach den Abo knuff betätigen Und schon seid ihr in der Power Army Dann noch die Glocke aktivieren Um nichts mehr zu verpassen Und wenn es bei euch klingelt Wissen ganz genau Sargent Power ist am Start Sargent Power hat ein Video hochgeladen Sargent Power ist lost in einem Video Game Ja Und wenn ihr in einem Lastroom dabei sein wollt Dann auf www.twitch.tv Slash xstgdxpower Oder den Link In der Videobeschreibung nutzen Und wenn jemand ein kleines Trinkgeld anlassen will Dann auf www.payball.me Slash xstgdxpower Oder auch da den Link In der Videobeschreibung nutzen Meine Damen und Herren Ja Wir sind Wieder fertig für dieses Video Lasst euch nicht ärgern Nicht von dem Wanzen beißen Wenn ihr schlafen geht Lasst die Hände auf der Bette Gespielt nicht an euch selbst rum Lasst es euren Partner und Partnerin machen Alles andere ist ekelhaft Ja Ich bin dann wieder raus Wir sehen uns im nächsten Livestream Im nächsten Video Wieder meine Damen und Herren Macht's gut Bis dann Und ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020